100 Euro pro Tag verdienen mit Stress, aber nicht mit eurem Stress, sondern mit dem Stress anderer Menschen. Wie das Ganze funktionieren kann, wie ihr euch hier aktiv und auch passiv, also Richtung passives Einkommen, mit Stress anderer Menschen ein Einkommen aufbauen könnt und das auch zum Hauptberuf machen könnt, das möchte ich euch heute mal zeigen. Ich werde euch alle Strategien zeigen, die ich da so im Kopf habe und wie ihr damit direkt umfahren könnt, Geld zu verdienen. Hi, mein Name ist Sebastian Dius und auf meinem Kanal geht es eben um das Thema Geld verdienen und darum, mit dem Geld dann möglichst sinnvolle Dinge anzustellen. Und wie gesagt, heute soll es mal darum gehen, wie könnt ihr mit dem Stress anderer Menschen Geld verdienen beziehungsweise wie könnt ihr mit diesem Stress der anderen Leute vielleicht, wie könnt ihr dem beibringen, damit besser umzugehen, dass sie vielleicht eben weniger Stress haben und damit besser handhaben können. Wir starten direkt und die Leute, die mich kennen, die kennen mittlerweile auch schon diese Plattform Kenga Coach. Kenga Coach ist eine Plattform, auf der ihr euch mit eurem Wissen als Berater, als Coach listen lassen könnt und Menschen können euch dann eben auf Stundenbasis für dieses Coaching buchen. Ja, das heißt, wenn ihr Skills habt, wenn ihr Wissen habt, in irgendeinem Bereich sehr gut seid, dann geht mal auf Kenga Coach drauf, dann könnt ihr hier, wir können mal zusammen hier draufklicken, wenn ihr auf der Seite seid, KengaCoach.com, dann könnt ihr hier auf diese Suche und Leiste klicken und dann kommt ihr direkt in die Übersicht. Und hier links seht ihr jetzt die ganzen Themen, die ihr auf Kenga Coach quasi unterrichten könnt. Und das ist natürlich eine super Sache, weil wir hier ist von Nachhilfe über Beruf, Karriere, Computer, Internet, Sprachen, Gesund und Fit, Kultur, Kunst, Kreativität, Unternehmensführung, Freizeit, Haus, Hobby, Stil, Menschen und Gesellschaft, Naturwissenschaft, Didaktik und Integration. Und überall, wenn ich jetzt hier draufgehe, sind natürlich noch viel, viel weitere Unterkategorien. Das heißt, ihr könnt richtig, richtig viele Sachen hier eben euch aneignen, wenn ihr sie lernen möchtet. Könnt ihr also Coach natürlich auch beauftragen, um selber etwas zu lernen. Aber, wenn ihr selber diese Fähigkeiten habt in einem dieser Themenbereiche, dann könnt ihr natürlich perfekt hier reingehen und diese Dinge verkaufen. Eure Zeit quasi geben gegen ein Stundenhonorar und euer Wissen verkaufen. Ich habe sowieso jetzt gerade vor zwei Tagen erst ein Video gemacht, wo ich darüber rede, was meiner Meinung nach die beste Variante zum Geldverdienen im Internet ist. Und das ist nach wie vor für mich das Thema, eignet euch Wissen an, beziehungsweise Wissen verkaufen. Werdet immer zum Experten in einem Bereich und verkauft dieses Wissen. Und ich möchte euch heute mal eine besondere Möglichkeit eben zeigen, wie ihr mit Stress verdienen, Geld verdienen könnt, beziehungsweise mit Stressmanagement. Und dazu gehen wir mal hier auf den Bereich Thema Gesund und Fit. Und dann sehen wir hier eben Stressreduktion und Entspannung. Das wählen wir jetzt mal auf. Und jetzt werden uns hier ganz viele Menschen vorgestellt, die diesen Bereich anbieten als Coach. Ja, wenn wir jetzt hier eben mal draufgehen, wir gucken mal kurz uns die Preise an. Hier oben rechts sieht man eben die Preise, die Stundenpreise, für das die Leute eben ihre Dienstleistung hier anbieten. 100 Euro, 50 Euro, 100 Euro, 125 Euro, 75 Euro und so weiter. Ja, so ungefähr, ich sag mal immer, zwischen 50 und 100 Euro ist alles dabei. Das orientiert sich doch eher im High-Price-Segment, würde ich hier sagen. Also wird man ungefähr, sagen wir mal, Richtung 100 Euro gehen. Das passt dann eben auch zum Titel des heutigen Videos. Wir gehen mal eben einfach auf die erste hier drauf. Und dann sehen wir so ein bisschen, wie es aussieht. Das ist so die Beschreibung von dem Coach. Also ihr könnt euch jetzt eben auch hier listen lassen. Genauso würde es dann eben hier aussehen. Hier steht euer Bildchen, hier steht euer Stundensatz, die Mut, die Sprachen, die ihr im Prinzip hier sprecht. Und dann so ein bisschen so ein kleiner Steckbrief über euch selber. Und hier unten sind dann die Kategorien aufgelistet, mit denen ihr quasi coachen könnt. Also ihr könnt auch hier mehrere Kategorien angeben, in denen ihr einfach Wissen habt, in denen ihr ein Experte seid, in denen ihr eben coachen könnt. Ja, und das ist jetzt eben, hier sehen wir jetzt zum Beispiel auch den Alltag, Bewältigung, Lebensberatung, Karriercoaching und so weiter. Aber hier sehen wir eben genau, was wir möchten. Stressreduktion und Entspannung. Und genau das ist es eben. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, ich habe viel Wissen im Bereich Stressreduktion, Entspannung, Stressmanagement und so weiter. Vielleicht war ich dir selber schon mal in der Situation, eben gerade als Unternehmer und Selbstständige, die werden das auch viel, viel kennen. Aber auch alle anderen, die einfach Stress hatten, die versucht haben oder die mussten irgendwie versuchen, damit umzugehen. Vielleicht habt ihr auch schon mal Richtung Therapie und sowas eben darüber geredet, weil es Richtung Burnout und solche ganz, ganz schlimmen Dinge ging. Und ihr habt vielleicht einfach dieses Wissen und wollt auch anderen Menschen damit helfen. Dann habt ihr hier natürlich eine perfekte Chance. Ihr müsst aber gar nicht eigene Erfahrungen gemacht haben, weil das ist immer das Schöne, warum ich ja auch die ganze Zeit immer auf meinem Kanal hier drüber spreche. Ihr könnt euch ja Wissen aneignen. Heute gibt es so viele Möglichkeiten, euch Wissen anzueignen. Fangt immer kostenlos an. Geht auch in Google, geht auf YouTube, fangt an, euch zu informieren über die Themen. Wenn ihr da ein bisschen mehr einen Überblick habt über die Themen, dann geht ihr auf solche Plattformen wie Udemy. Kauft euch Online-Kurse, kauft euch ein paar Bücher zu den Themen, werdet ein Experte. Macht euch ein paar Monate eben eine Fortbildung und dann habt ihr ein ziemlich breites Wissen über ein Thema. Und dann könnt ihr sehr, sehr gut eben schon eure Dienstleistung, euer Wissen verkaufen, weil ihr wisst dann mehr als andere Menschen. Und wenn ihr mehr wisst als andere Menschen, werden andere Menschen dieses Wissen einkaufen, euch das Geld gerne geben und ihr könnt den Menschen weiterhelfen. Win-Win-Situation, macht es einfach. So funktioniert Geldverdienen im Internet. Also, das heißt also, die erste Möglichkeit, die ihr machen könnt, geht auf Känga-Coach drauf, informiert euch erstmal, bildet euch fort. Wenn ihr gut seid mit dem Thema Stressreduktion, Entspannung, Stressmanagement, dann geht ihr hier auf Känga-Coach drauf und könnt euch eben hier als Coach listen lassen und eben 100 Euro zu verdienen. Oder natürlich teilweise sogar mehr, wie sie natürlich auch hier, wenn jemand 125 Euro nimmt, das ist auch möglich. Übrigens, das, wenn es ja durchgestrichen heißt, bedeutet, warum diese 0 Euro hier steht, man kann hier als Coach auch eine Kennenlernstunde anbieten. Bedeutet also, Leute können da rein stuppern sozusagen und euch kostenlos für eine Stunde buchen, wenn ihr das anbieten möchtet. Das müsst ihr nicht anbieten, könnt ihr aber. Würde ich euch immer empfehlen, damit Leute immer so ein bisschen warm werden mit euch. Weil ganz klar ist, eine Stunde ist meistens nie genug in einem Coaching, meistens immer noch viel, viel mehr nötig. Natürlich auch, gerade wenn es um Stressmanagement geht, deswegen werden die Leute euch auch immer wieder buchen. Deswegen ist es kein Problem, wenn ihr hier mal eine kostenlose Stunde bietet, weil es wird garantiert dazu kommen, dass die Leute noch mehr euch buchen wollen. Genau, das ist Nummer 1. So, und jetzt ist die Frage, wie könnt ihr mit noch Geld verdienen? Weil das ist natürlich eine Möglichkeit, wie ihr aktiv Geld verdienen könnt. Ihr tauscht hier Zeit dagegen, dass Menschen euch Geld geben. Und die zweite Möglichkeit, die ihr machen könnt, ist natürlich Online-Kurse. Ich habe es eben schon mal ein bisschen angeschnitten. Ihr könnt euch natürlich auf solchen Plattformen wie Udemy, auf der wir jetzt hier drauf sind, natürlich einfach auch eben erstmal selber fortbilden. Euch selber diese Kurse kaufen. Ihr seht, die kosten nicht viel Geld. Zwar ursprüngliche Preise sind ja meistens immer so irgendwie 100, 200 Euro, aber die sind meistens immer reduziert auf irgendwas zwischen 29 und 20 Euro. Das heißt, ihr könnt euch locker, locker ein paar Kurse kaufen, das Wissen aneignen, das ihr vielleicht auch braucht, um es dann später anderen Menschen weiterzugeben. Und wenn ihr eben viel Wissen habt und auch schon ein Coach da drin seid, zum Beispiel auf Kängelcoach gelistet seid etc. pp., schon vielen Menschen geholfen habt, dann könnt ihr dieses Wissen nehmen und eben in einen Kurs packen. Denn Menschen wollen vielleicht auch nicht unbedingt immer so direkt erstmal aktiv gecoacht werden, sondern sich erstmal selber weiterbilden und informieren. Und dafür sind halt Kurse das Medium überhaupt, jetzt und sowieso noch in Zukunft. Gerade im deutschsprachigen Raum hat sowas wie Udemy ein riesen Potenzial, richtig gutes Geld zu verdienen, auch in Zukunft. Deswegen nehmt euer Wissen, packt es in Kurse rein. Ihr werdet damit sehr, sehr viel Geld verdienen, vor allem stabile monatliche Einnahmen haben. Und es ist relativ passiv, weil ihr erstellt diesen Kurs ein einziges Mal. Und dann kommen immer wieder die Einnahmen zu euch zurück und ihr habt nicht mehr viel damit zu tun. Ihr müsst zwar die Kurse ein bisschen aktuell halten, gar keine Frage, aber im Regelfall habt ihr nicht viel Arbeit damit. Deswegen ist es ein sehr passives Einkommen. Ihr wisst alle, passives Einkommen gibt es in der Regel so nicht komplett. Aber es ist sehr passiv, wenn ihr Online-Kurse baut. Deswegen Wissen aneignen, Wissen optimieren, Wissen anwenden und Wissen recyceln in Kursen. Dann habt ihr aktive und passive Einnahmequellen. Eine andere Möglichkeit, die ich euch dann auch noch vorschlagen möchte. Wenn ihr schon Kurse produziert, dann lasst sie nicht nur auf Plattform Udemy. Es gibt ja noch ganz viele andere Plattformen, Skillshare zum Beispiel oder LinkedIn Learning. LinkedIn Learning ist ein bisschen schwierig reinzukommen, aber man kann es ja mal versuchen. Dann müsst ihr ein bisschen einen Namen haben, auch als Kursdozent. Aber geht auch den Schritt noch weiter weg und macht euch nicht zu abhängig von diesen Plattformen Udemy. Das heißt, baut euch eine eigene Infrastruktur auf. Sprich, wenn ihr Kurse produziert und ein Experte seid in irgendeinem Bereich, zum Beispiel im Bereich Stress, dann baut eine Akademie für Stress und Spannung auf. Eine Akademie für Stressmanagement, die eben in ganz, ganz vielen verschiedenen Kursen und Themen und E-Books und was nicht alles gibt, eben Menschen noch aktiver dabei hilft, eben entspannter zu sein und weniger Stress zu haben und ein besseres Leben zu führen. Deswegen, ihr könnt euch eine eigene Akademie bauen. Dazu gibt es ganz, ganz viele Tools. Ein Tool, das ich euch hier auch vorschlagen kann, ist zum Beispiel Teachable. Mit Teachable könnt ihr euch eine eigene Akademie bauen. Das ist nicht schwierig. Ihr könnt eben eine visuell schön aussehende und auch vor allem funktionale Akademie erstellen. Das heißt, ihr könnt eure Kurse hier eben hochladen. Menschen können über eure eigene Akademie mit Teachable dann diese Kurse kaufen, bezahlen. Ja, also der ganze Payment-Prozess ist da komplett mit drin. Können dann eben eure Kurse kaufen und auch die Kurse direkt hier eben abarbeiten, anschauen, pausieren, wiederkommen und so weiter. Und ihr könnt natürlich unter eurem eigenen Namen, unter euren Akademienamen zum Beispiel eben laufen lassen. Deswegen ist es eine super Möglichkeit eben, das würde ich auch immer empfehlen, wenn ihr Kurse produziert, dann geht früher oder später immer auf jeden Fall den Weg, dass ihr eine eigene Akademie baut. Weil hier müsst ihr eben natürlich auch kaum Prozente abgeben an irgendwelche Plattformen wie zum Beispiel eben Udemy. Die wollen ja dafür auch Geld haben, wenn ihr eure Kurse da hochladet. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit durch eigenes Marketing und Kundenbindung hier ganz andere Vermarktungsmöglichkeiten, vor allem für die Zukunft und ganz andere Kundenbindungen auch aufzubauen, als nur über Fremdplattformen wie Udemy. Deswegen geht auf solche Plattformen drauf. Eine andere Plattform, mit der ihr auch noch eure Akademie bauen könnt, ist zum Beispiel Kajabi. Geht mal drauf, halt kajabi.com. Können wir mal kurz zusammen machen. Dann kommt ihr erstmal auf diese Seite. Dann geht ihr hier auf Products und dann geht ihr auf Create Courses drauf. Und dann ist hier im Prinzip schon mal so ein bisschen Übersicht, wie ihr eure Kurse bei Kajabi hochladen könnt und anlegen könnt. Und auch das ist eine sehr, sehr schön zu navigierende Plattform, wo ihr im Prinzip Kurse draufladen könnt und auch eigene Akademie bauen könnt. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache. Das heißt also zusammengefasst, werdet Coach, bietet Kunden erstmal Stundencoachings an, tauscht eure Zeit dort gegen Geld, euer Wissen gegen Geld. Baut mit eurem Wissen dann parallel dazu Wissensquellen auf für andere Menschen, die euch passives Einkommen geben oder passiveres Einkommen vermöglichen, sprich Onlinekurse. Und dann geht aber von Fremdplattformen, Onlinekurse immer möglichst auch schnell in den Weg hinein, euch auch eine eigene Infrastruktur aufzubauen. Dann habt ihr die meisten Möglichkeiten, eben später die Kunden zu binden, sprich mit E-Mail-Marketing, anderen Vermarktungsmöglichkeiten etc. pp. Das soll es zu dem Video gewesen sein. Wenn ihr wissen möchtet, was meiner Meinung nach die besten deutschen Plattformen sind, mit denen ihr Geld verdienen könnt im Internet, schaut mal in die Videobeschreibung. Da ist ein entsprechender Link vorhanden. Auch wie ihr 1215 Euro nur durchs Zuhören verdienen könnt, ist auch ein Link dazu drin. Sehr spannendes Video, ist auch sehr beliebt. Schaut es euch gerne mal an. Abonniert den Kanal, das würde mir sehr weiterhelfen. Und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos.